Grüezi miteinander! Es ist wirklich hochspannend, in was für Zeiten wir alle leben. Es stellte sich nämlich heraus, dass wir umgeben, ja fast schon umzingelt von Verfassungsexperten und Geostrategen sind. Was höre und lese ich von Twitch-Streamern und Twitter-Aktivisten, die aus dem durchgefurzten Bürostuhl in Mitteleuropa messerscharf analysieren, was zu geschehen hat, was die Ukraine jetzt zu tun oder zu lassen hat, was die NATO dafür oder dagegen könne und wieso Putin doch kein so schlimmer Finger sein soll. Um es gleich vorwegzunehmen, dazu werde ich nichts beitragen. Warum? Weil ich mir nicht anmasse, aus der Schweiz Ratschläge zu erteilen, wie das ukrainische Staatsvolk agieren und reagieren soll. Ich bin immer wieder erstaunt, ob des Selbstvertrauens, das ein Mensch besitzen muss, um aus Mitteleuropa entscheiden oder wissen zu wollen, wie eine Zukunft für Osteuropa aussehen könnte, ohne jemals in Russland oder in der Ukraine gewesen zu sein. Glaubt ihr zersäbelten Milchgesichter wirklich, die über 40 Millionen Menschen in der Ukraine haben sich das nicht auch einmal gefragt? Glaubt ihr wirklich, in diesem hochgebildeten Land gibt es niemanden, der so schlau ist wie ihr? Glaubt ihr, dass die darauf warten, was der Huber Beppi aus der Südsteiermark über die Ukraine zu erzählen hat? Ganz ehrlich, ich weiss es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie dieses wunderschöne Land, das ich einmal besuchen durfte, gestärkt aus dieser furchtbaren Lage hervorgeht. Wie die gegenseitigen Kränkungen, die die ukrainischen, aber auch die russischen Minderheiten im Osten und Süden des Landes erdulden mussten, überwunden werden können. Ob das in einem recht zentralisierten Staat überhaupt funktionieren kann, all das kann und will ich nicht beantworten. Denn wer wäre ich, einem Volk erklären zu wollen, was das Beste für es ist, wenn es in diesem Volk eine Vielzahl von Menschen gibt, die schlauer sind, als ich es je sein werde? Ich kann nur die Schweizer Perspektive beleuchten, die international viel Aufsehen erregte. Mit einigen Tagen Verzögerung hat die Schweiz die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland übernommen und sich damit mit der Ukraine solidarisiert. Für diese Entscheidung existierte ein breiter Konsens. Die politische Linke, die Mitte und der Freisin stimmten für die Erklärung des Nationalrats. Damit verurteilte das Schweizer Parlament die russische Invasion der Ukraine. Die roten Punkte offenbaren es jedoch. Eine Partei schloss sich dieser Erklärung nicht an. Die SVP, die Schweizerische Volkspartei. Fast geschlossen stimmte die SVP mit Nein. Lediglich vier Abgeordnete haben sich für die Erklärung entschieden. Der hier zu sehende Fünfte ist nur in der SVP-Fraktion, gehört aber der EDU an. Und das, was aus dieser Entscheidung, sich den EU-Sanktionen anzuschliessen, entstand, ist der Grund für diesen Beitrag. Den SVP und Konsorten poltern, die Schweiz hätte ihre Neutralität aufgegeben. Ja, Altbundesrat Blocher, der Übervater der SVP, spricht sogar davon, mit dieser Entscheidung sei die Schweiz im Krieg. Auch sonst schiessen Verfassungsexperten wie Pilze aus dem helvetischen Boden, um ihre Wut und ihre Trauer darüber zu bekunden, dass die Bundesverfassung verletzt worden sei. Jedes Mal, wenn Menschen über einen Verfassungsbruch sinnieren, sehen wir uns hier jeweils die Verfassung einfach an. Und was steht in der Schweizer Bundesverfassung zur Neutralität? Lediglich zwei Dinge. In Artikel 173 heisst es, die Bundesversammlung hat zudem folgende Aufgaben und Befugnisse. Sie trifft Massnahmen zur Wahrung der äusseren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz. In Artikel 185 wird sie noch einmal erwähnt mit, der Bundesrat trifft Massnahmen zur Wahrung der äusseren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz. Nicht mehr und nicht weniger. Das war's. Die Neutralität wird nicht einmal definiert. Wer jetzt behauptet, das Erlassen oder Übernehmen von Sanktionen gegen ein Land sei ein Bruch der Neutralität, der hat die letzten Jahre scheinbar geschlafen. Denn die Schweiz sanktioniert eine Vielzahl von Staaten. 2009 hat die Schweiz beispielsweise die EU-Sanktionen gegen Guinea übernommen. 2006 hat die Schweiz Sanktionen gegen Belarus übernommen. Von wem? Natürlich von der EU. 2002 hat die Schweiz Sanktionen gegen Zimbabwe übernommen. Und ihr ahnt es schon, man hat sich mit dieser Entscheidung der EU angeschlossen. Die ganzen anderen Sanktionen gegen Staaten wie Nicaragua, Mali, Somalia, Syrien, Guinea-Bissau usw. usf. Dort könnt ihr euch selbst ansehen. Russland ist also nicht das erste Land, das von uns sanktioniert wird. Und es ist auch nicht das erste Land, das von uns mit Übernahme von EU-Sanktionen sanktioniert wird. Wovon reden wir also schon wieder? Und überhaupt, in dieser Krise handelt es sich nicht um einen Konflikt zwischen zwei Kriegsparteien, sondern um eine russische Invasion. Putin überfällt einen souveränen Nachbarstaat. Hätte Putin nicht entschieden, in die Ukraine einzumarschieren, hätten wir in Europa zur Stunde keinen Krieg. Punkt. Welche ist unsere Schweizer Rolle dabei? Was bedeutet unsere Neutralität überhaupt? Wenn ihr mehr über die historische Neutralität der Schweiz erfahren wollt, dann blickt hier in die Infobox. Die Bedeutung oder das Vorkommen der Neutralität in der Bundesverfassung haben wir uns bereits angesehen. Und mit der Neutralität wurde nicht gebrochen. Die Bundesversammlung und der Bundesrat sind zuständig für die Massnahmen, die den inneren und äusseren Frieden der Schweiz wahren. Und eben auch für die Neutralität. Das kann man politisch schlecht finden. Man kann Neutralität in der Verfassung auch ganz genau definieren. Es steht euch frei, eine Volksinitiative zu starten. Oder ein Verfassungsgericht zu installieren. Kann man alles via Volksinitiative fordern. Aber, aber, aus dem wirren Gewäsch konsequente Handlungen ableiten, also dafür ist man nicht der SVP beigetreten. So weit kommt's noch. Die Schweizer Neutralität lässt sich mit fünf Funktionen erklären. Denn logisch, die Neutralität für sich ist kein Selbstzweck. Die erste Funktion war und ist die Integration. Die Neutralität ist ein einander Faktor für die Schweiz, für ein mehrsprachiges Land. Sie fördert den Zusammenhalt und ist Teil des Schweizer Selbstverständnisses. Die zweite Funktion ist die Unabhängigkeit, eine Art Schutzfunktion. Gerade im 19. Jahrhundert und mit der Anerkennung der Neutralität durch die europäischen Gross- und Weltmächte konnte die Schweiz ihre Unabhängigkeit sichern. Funktion Nummer drei bezieht sich ebenfalls eher auf die Historie. Ein rohstoffarmer Kleinstaat wie die Schweiz war darauf angewiesen, mit kriegstreibenden Parteien weiterhin Handel zu führen. Und gerade im 19. Jahrhundert war Krieg, auch in Mittel- und Westeuropa, ein Normalzustand. Die vierte Funktion unserer Neutralität war das Gleichgewicht, im Herzen Europas. Ein neutrales Übergangsgebiet zwischen Italien, Frankreich und den deutschsprachigen Grossmächten. Diese Funktion war also auch ein europäisches Interesse. Und die fünfte Funktion ist außenpolitisch die wohl wichtigste, die Dienstleistung, die guten Dienste. Das heisst, wir übernehmen Schutzmachtmandate zwischen Staaten, bieten einen neutralen Boden für Verhandlungen an, versuchen uns als Vermittlerin. Und diese Rolle könnten wir mit unserer Entscheidung, die EU-Sanktionen zu übernehmen, nicht mehr wahrnehmen. Da frage ich mich erst einmal, welche Vermittlung? Putin hat den souveränen Staat, die Ukraine, die er überfallen hat, zu verlassen. Punkt. Es gibt keinerlei Zweifel daran, wer in dieser Frage der Aggressor war. Aber die NATO, falls das jemand in die Kommentare rülpsen will, ist im Übrigen kein Argument. Ein Staat überfällt einen souveränen Nachbarstaat. Und in dieser Frage kann es keine Neutralität geben. Was hieße es denn, in dieser Frage neutral oder besser gesagt gleichgültig zu sein? Zwischen einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und der ukrainischen Selbstverteidigung bleiben wir neutral. Ist das Neutralität? Wenn man Neutralität als genehmen Schild versteht, hinter dem man sich feige versteckt, um weiterhin Geschäfte machen zu können, dann mag das so sein. Aber Neutralität bedeutete im Kern nie, sich stumm, taub und blind zu stellen und offensichtliche Ungerechtigkeiten unter dem Deckmantel der Neutralität einfach geschehen zu lassen. Das hat die SVP nicht verstanden. Und das gerade vor dem Hintergrund, dass wir bereits mehrfach Staaten sanktionierten, weil wir der Auffassung waren, dass es in Fragen der Völker- und Menschenrechte keine Neutralität geben kann, wenn diese einseitig verletzt werden. Und momentan ist eine solch eindeutige Lage da. Die Ukraine will selbstständig und unabhängig bleiben, Putin will das nicht. In dieser Frage neutral zu bleiben oder wegzuschauen, hieße in letzter Konsequenz, dass man die Ukrainerinnen und Ukrainer im Stich lässt. Dass man glaubt, es gäbe zwischen Invasoren und Überfallenen ein Gleichgewicht, auf dem man außenpolitisch irgendwie balancieren könnte. Das geht aber nicht. Und jetzt einmal Butter bei die Fische. Der SVP geht es doch nicht um ihre Sorge um die Neutralität. In Krisen und Kriegsgebiete Waffen liefern, davor scheute die SVP noch nie zurück. Da war Neutralität nie ein Grund, sich Geschäfte durch die Lappen gehen zu lassen. Und so brav und treu das Neutralitätsblabla von den meisten Nationalräten noch heruntergestottert wird, so deutlicher wird manch einer, was wirklich dahinter steckt. Im inoffiziellen SVP-Parteiblättchen der Weltwoche liest man fast jede Woche eine Laudatio auf Putin. Und wenn es nicht er ist, der auf dem Titelblatt prangt, dann ist sich Nationalrat Roger Köppel nicht zu schade, so tief im Enddarm des russischen Präsidenten zu stecken, dass ich mich wirklich frage, wie Putin noch sitzen kann. Alle sind schuld, die EU, die NATO, der Westen, alle, nur nicht der, der den Einmarsch in einen souveränen Staat befahl. Und da fällt auch ziemlich hurtig die Maske des um die Neutralität besorgten SVPlers. Köppel lebt offen aus, was sich vermutlich viele SVPler wirklich denken. So ein bisschen autoritär, so ein bisschen alte Schule wäre halt schon wieder mal geil. Warum spart ihr und euresgleichen euch die geheuchelte Sorge um die Schweizer Neutralität nicht einfach und anerkennt, wo hier gerade die Probleme liegen? Denn es sind nicht jene, die sich mit den Ukrainern solidarisieren, die der Neutralität abschwören, sondern jetzt nichts zu sagen, sich lieber wegzuducken, sich hinter der Neutralität zu verstecken, ist ein überdeutliches Bekenntnis zum Aggressor Putin. Und die Neutralität, der Schild, hinter dem ihr euch verstecken wolltet, ist das wahre Abrücken von Neutralität und das wahre Abrücken von wirklich allem, was wir als Schweizerinnen und Schweizer als Werte selbstbewusst vor uns hertragen sollten. Unsere Werte sind keine Schilde, hinter denen wir uns verstecken, wenn Despoten mit dem Säbelrasseln und souveräne Staaten überfallen werden. Ihr unglaublich, unglaublich feigen Pfeifen!